Warum sagt mir eigentlich keiner, dass ich die ganze Zeit gemutet bin? Ich hab mir schon gehört, dass du so still bist. Du bist die ganze Zeit gemutet, man. Ich glaub, du warst so konzentriert. Ja, das war auch mein Gedanke danach. Aber das ist wieder das Ding mit dem Hin- und Herschieben, ne? Mit dem Wok, ja. Aber es sieht eigentlich okay aus, weil einer kann links kochen, einer kann rechts kochen. Richtig. Wo ist der Haken? Und schnibbeln beide Seiten. Schnibbeln beide Seiten, Zutaten unten. Waschen unten, Ausgabe oben. Let's go! Easy! Sag mal jetzt auch. Ich glaub, wir haben erst die schweren Level gemacht und jetzt kommen die einfacher. Wer macht links, wer macht rechts? Egal. Ich mach Töpfe. Also schieben. Ich mach links. Hackt Grünzeug erstmal. So, ein Schrimps und ein Fleisch. Wer macht was? Ich mach Schrimps. Hab ich grad in der Hand. Okay. So. Wir haben nicht so viel Platz, das könnte das einzige Problem hier sein. Okay. Aber man kann die Sachen ja auch hinschmeißen. Ist das gehackt oder? Das Feuer bitte, danke. Wer schmeißt denn da ungehackte Sachen einfach durchgelegen? Ja. Warum liegen da Nudeln rum? Okay. Fleisch ist draußen. Okay. Wir brauchen beide Fleisch, es ist kein Fleisch gehackt. Links war Fleisch. Mhm. Ja. Ich hab das gegeben genommen, weil ich das auch brauch. Oh. So. Ja. Ja. Mr. Topfschieber. Ja, ich war grad am Spülen. Ja, ja. Ich schieb den Topf. Auf den Teller. Mhm. Fleisch ist raus. Ähm, dann Schrimps. Zweimal Schrimps. Schrimps. Grünzeug. Vorteller. Vorteller. Topf schieben. Flop. Ja. Topf. Topf. Okay, man kann den Topf zu weit schieben. Das ist nervig. Okay, das ist blöd. Ja, ja. Malacke. Hat auch grad Conning gemerkt, glaube ich. Ja. Ich mach danach Fleisch. Haben wir schon recht viel hier. Ja, ja, ja. Ähm, was muss ich da machen, Schrimps? Okay. Okay. Oder Ganela, oder was auch immer das ist. I can do this. Okay. Schrimpnehle. So. Schrimpnehle, oh nein. Klingt wie ne Waffe. Wie die Schrimpnehle, dass die die immer noch Schrimps isst. Der schiebt danach Fleisch. Warum legt der Grünzeug auf der Nudelbox? Dankeschön. Spülen. Spülen. Mann, lass das Ding los, Junge. Aber auf dem Feuer. Spülen. Spülen Con. Ja, ja. Bin dabei. Oh Gott. Spülen geflogen. Äh. Alter, ich hab keinen Platz. Komm mal auf das Feuer, net drüber. Boah, das ist nervig. Okay. Okay. Kann ich die Ganela danach? Ja. Könntest du bitte... Danke. Dankeschön. Das ist ein Superbrusel. Okay. Ich hab schon eher nicht... Schon gut. Darum achte ich eigentlich nie drauf, wie viele Punkte wir brauchen. 1.400 aus. 1.400 aus, nicht? 1.400 aus, nicht, glaube ich. Ja, Nominid, guter. Was soll ich danach machen? Wieder Schrimp nicht. Äh, Schrimps, ja. Könntest du... Mann, Junge! Junge. Dankeschön. Jungen, Mann! Äh, wir machen beide Schrimps. Wir machen beide Schrimps. Ach, danke. Oh, Entschuldigung. Das war so klar für die letzte Sekunde. Danke. Alter, Oma, nimm das Ding. Was jetzt? Ich bin irgendwie hinterher. Wir haben zumindest immer alle Zutaten gefühlt. Ja, das macht ihr echt gut. Schnibbel, Leute. Ihr seid top. Danke. Was jetzt? Fleisch! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, yes! So. Schatten wir noch eins? So, weg! Weg, 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 weg! Yes, Sir! Was ist das? Ich glaube, das war gut. Okay. Ich hatte irgendwie 1400 verstanden statt 1040. Ich habe auch 1400 gesagt, ich habe auch 1400 gesagt und gesehen statt 1040. Aber lieber mehr als wir brauchen. Okay. Was ist das da eigentlich? Ah, das ist das, wir haben es geschafft. Ich habe die ganze Zeit das Falsche gedrückt. Ich dachte, der Daumen hoch ist. Ach, das ist gut gespielt. Slow clap, clap, clap. So richtig begeistert.